Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Björn Höcke. März bekräftigt Distanz zur AfD. Und Deutsche Umwelthilfe fordert höhere Parkgebühren in Städten. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 5. Mai. Die Staatsanwaltschaft in Halle hat Björn Höcke, den Leiter der Thüringer AfD-Fraktion, angeklagt. Er wird beschuldigt, NS-Vokabular öffentlich verwendet zu haben. Die Anklage basiert auf der Verwendung von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation, wie die Behörde mitteilte. Vor zwei Jahren soll Höcke auf einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Merseburg in Sachsen-Anhalt die verbotene Losung der Sturmabteilung der nationalsozialistischen NSDAP alles für Deutschland benutzt haben. In Anbetracht der jüngsten Umfrageergebnisse für die AfD hat der Vorsitzende der CDU, Friedrich Merz, erneut betont, dass er eine Zusammenarbeit mit dieser Partei ablehnt. Im ZDF-Heute-Journal erklärte er, dass es während seiner Amtszeit als Parteivorsitzender keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Er bezeichnete die AfD als ausländerfeindlich und antisemitisch und betonte, dass die CDU nichts mit diesen Leuten zu tun haben wolle. Links-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat einen Bericht über ein angebliches Ultimatum an die linken Abgeordnete Sarah Wagenknecht zu ihrem Verbleib in der Partei zurückgewiesen. Ich kenne kein Ultimatum, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi, hat anlässlich der Reise von Arbeitsminister Hubertus Heil und Außenministerin Annalena Baerbock nach Südamerika die Schaffung von Einwanderungsbüros gefordert. Sie betonte, dass es notwendig sei, Einwanderungsbüros in den Kommunen einzurichten, die eine umfassende Unterstützung bei Einwanderung und Integration anbieten können. Diese Büros sollten als Ergänzung zur Bundesbehörde für Einwanderung dienen und eine ganzheitliche Unterstützung aus einer Hand gewährleisten, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Betroffenen nach dem Brand in einer Geflüchtetenunterkunft in Apolda ihr Mitgefühl ausgedrückt. Diese schreckliche Nachricht macht mich sehr traurig. Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Geflüchteten, die hier wohnten. Den Rettungskräften, die schnell geholfen und viele Menschen vor dem Brand gerettet haben, danke ich sehr herzlich. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Die Sicherheitsbehörden des Bundes stehen mit der Thüringer Polizei in ständigem Austausch und jederzeit zur Unterstützung bereit, schrieb sie zudem auf Twitter. Heute haben Klimaschutzdemonstranten erneut eine große Kreuzung in Berlin blockiert. Laut Polizei haben sich 15 Personen an der Aktion im Stadtteil Friedrichshain beteiligt, wobei einige von ihnen sich an die Straße geklebt haben. Die Polizei war vor Ort und löste die Blockade auf. Die Deutsche Umwelthilfe hat gefordert, dass die Parkgebühren in Städten erhöht werden sollten. Die Organisation kritisiert, dass parkende Autos den öffentlichen Raum zu günstigen Preisen oder sogar kostenlos blockieren und dadurch die Mobilitätswende verlangsamen. Die Umwelthilfe schlägt vor, dass die Parkgebühren pro Stunde mindestens so hoch sein sollten wie die Kosten für ein Einzelticket für Busse und Bahnen. Die Initiative Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung hat nach zehn Jahren eine positive Bilanz gezogen. Gestartet als Modellprojekt in Frankfurt im Jahr 2013, gibt es die Initiative mittlerweile in 36 Krankenhäusern in ganz Deutschland. Über 1100 Frauen wurden in dieser Zeit nach einer Vergewaltigung versorgt. Der Grundgedanke der Initiative ist es, betroffenen Frauen und Mädchen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zur medizinischen Versorgung zu ermöglichen. In zwei Wochen wird in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern in einer Stichwahl zwischen dem SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm über das Amt des Oberbürgermeisters entschieden. Die Stadt gab bekannt, dass Badenschier im ersten Wahlgang am Sonntag 42 Prozent der Stimmen erhielt, während Holm mit 27,4 Prozent auf dem zweiten Platz landete. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,6 Prozent. Angesichts des anhaltenden Waldbrandes auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Brandenburg hat die Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes gefordert, dringend Munitionsreste aus den gefährdeten Gebieten zu räumen. Andernfalls gäbe es keine Chance, das regelmäßig wiederkehrende Problem in den Griff zu bekommen, sagte Vfdb-Waldbrand-Experte Ulrich Simulino. Der Mobilfunkanbieter 1&1 hat eine deutliche Beschleunigung seines Netzausbaus angekündigt. Bis Ende 2022 hatte das Unternehmen statt der vorgeschriebenen 1005G Standorte nur fünf in Betrieb genommen. Kann ich heute glänzen? Nein, das kann ich nicht, sagte 1&1-Chef Ralf Dommermuth der FAZ. Deutschlands Exporteure sind robust ins zweite Quartal gestartet. Im April wuchsen die Ausfuhren gegenüber März-Kalender und Saisonbereinigt um 1,2 Prozent auf 130,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Dienstag zeigt sich der Himmel bedeckt und die Tiefstemperaturen liegen bei 14 Grad. Am Dienstag bleibt der Himmel den ganzen Tag über bedeckt und die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.